3, 2, 1, join! Yo Leute, was geht denn? Kommt zu der nächsten Folge, FATE mit dem Jay! Hallo! Und Leute, wir leben noch! Was haben wir diese Folge vor? Was wir diese Folge vorhaben, die ausfüllen. Oder? Hallo? Ich hab nicht so viel vor. Hä? Hast du YouTube? Ah, das war, oh. Wie heißt du? Genau, ich muss die Öffnung aufstellen. Und... Zeig, zeig. Bam! Was für die Kohle? Ich glaub du, also... Oh, komm her! Komm her! Komm her! Ich... Ich erinnere mich, wenn ich das so sehe, einfach noch an die Physik-Zeitung. Ich höre Lava von Lava. Ich höre Lava von Lava. Ich habe eine Case gepostet. Ah! Iron! Ah, Iron! Wer nimmt Iron mit? Ich bin da auf Iron mit. Ich bin da auf Iron mit. Ähm... Ähm... Sein, weil wir... Mama geht noch mit! Mama geht noch Servus! Ich rufe auf! Oh, mach ich raus! Sorry! Soja! Egal, nein. Ich hab noch was zu chillen. Ich hab poison bekommen! Ey, geh immer bitte! Ich hab Gold gefunden! Ah ok, falls uns vorbei ist, oder was? Ja, ja, alles gut. Die Hexe hat einfach instant geworfen. Bisschen anlacken. Ok. Ich hab auch gone. Ok. Der Creeper ist in a range. Pass auf. Ja, alles gut. Der Creeper ist explodiert. Der stand in den 5 Blöcke neben mir. Also wir haben gar kein Lemmings gemacht. Egal. Mir geht's auch von dem Creeper der 5 Blöcke. Die waren wohl gekorben. Keiner weiß wieso. Egal, ich hab so Angst hier Obby abzubauen, bin ich ehrlich? Besser Wasser so hin, dass eh direkt die Lava da drunter zu Obby werden. Nein, ich mein's nicht, deswegen. Ich hab das Gefühl hier ist ein Zombie Spawner, weil es Spawn einfach. Ja, Jay, pass einfach auf, dass du nicht stirbst. Ich mein, ich hab Angst, dass ich einmal irgendwie so Creeperkopf nicht bin, seit der Verwechslung bin. Ja, das erinnert mich an, weil das ist Aldi Waro. Ich hab da mit Mage geteamt. Ähm, mit Creeper von oben. Mit Mage hast du geteamt? Ja, hi Dino. Wie macht das ein End? Ich glaube noch nie, als ich Grüße gehen raus gesagt habe, hat die Person, an die diese Größe gerichtet waren, also wirklich mitbekommen. Oder das irgendwie überhaupt gesehen, you know? Äh, ja. Ich entge die Picke auf, an welchen? Hey, das ist aber auch anders. Soll ich Iron auf uns mit dem Entgen oder Schafen Spawner machen? Jetzt war gewollt, dass er echt probiert. Ich glaub, der nicht gehört. Ja, der auch. Oh, ich hab zwei direkt. Jay. Ich hab zwei Iron. Ja, nice. Ich hol dir für dich das Iron raus. 6, 7, 8, 7. So, Jay, ich komm zu dir. Oh, ich hab zwei Iron. So, dann hab ich jetzt zwei Iron. Jay. Ja. 4. 5. Was ist, Jay? 6. Entschuldigung, ich zähle immer, wie viel höher ich als 11 bin. 5. 6. Aber ich potte immer nur 5. 4. So, dann muss ich hier vier Iron raus. Ja, willst du nicht potte, Jay? Nee, ich will das nicht machen. Das fackt ab. Ich bin schlauer. Ich kann halt easy. Ja, du kannst das easy machen. Ich weiß. Ich bin richtig scuffed irgendwo lang gelaufen. Ja, war nicht. Ey, ich will sich jetzt gerade... Willst du zeigen, wo ich hin bin? Das wirst du nicht finden, einfach so. Da lang? Ja, hier lang. Ja, hier hoch und dann... Nee, 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 du bist falsch. Hier ist Lava. Ich kann mal in die Schlucht holen. Oh mein Gott! Jay! Hier hab ich. Ist das hier höher 11? Ist das hier höher 12 oder 11? 11. Das ist das 11. Ja. Das hier ist 11. Ja. Das hier ist 11. Okay. Oh, ich dachte, das wäre Gold. Das ist auch. Das ist auch jetzt. Pass auf auf. Ja. Ja. Lava ist nimm Lava ist mit. Äh, Jay, willst du Ancient? Äh, hier, by the way, dein Iron. Ob es Ancient will? Ja. Wobei, macht sogar Sinn. Ähm. Ist falsch. Ja. Ähm. Ich place mal hier Öfen. Alles stehen. Vor allem, ich will... Nee, ich hab die mitgenommen, die Sachen. Weil du... Oh, aber die Kohle hier muss auch abgebaut werden. Ich muss erstmal, äh, bisschen Iron Smelten bevor ich irgendwas mache. Ich will erstmal auf Sharp 3 gehen, das ist das wichtigste in meiner Meinung nach. Weil ich mach mir ja die Equipment und ein Iron Sword. Ja, alles same. Machen wir beide. Ich bin jetzt da, wo ich gestrippnet hab. Äh. Ich mach... Soll ich nochmal zwei... Ich mach mir schon mal zwei Eisen Shatter noch. Ja, ich mach mir die gleich vier. Ja, ich brauch halt nur... So viele brauchen wir... Ja, ich brauch halt nur... Digger! In der Aufnahme wurde mir gerade gefollowed! Und nicht... Ähm... Nicht glaub, dass ich, ähm... Im Stream bin. Ich stream... Ich nehm mir Streamriffs auf. Deswegen... Das kann ich dir sogar nicht zeigen. Und dann wurde ja das aufge... Dann wurde ja das gezeigt, so? In der Aufnahme? Ja, das wurde irgendwie... Jetzt glaub ich in der Aufnahme gezeigt. Die Welt. Weil OBS rumschmackt, deswegen... Nimm ich halt jetzt Team-Maps auf. Wann? 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 Ich mach mal eh noch mal 1,2 wegen Feier, weil ich auch Feier haben will. Oh, ich wollte mich ja hier in einem Stück mehr nicht vergessen. Ich will noch mal die jetzt finden. Wir haben nur noch ca. 5 Minuten. Was ist? Nichts. Ich hab mich so umgesetzt und keine Ahnung. Das war ungewöhnlich, weil ich gerade die ganze Zeit so in einer Pose saß und nur mein Bildschirm angestarrt hab wie ne fette Sauer. Ich glaub ich bin behindert. Glaub ich nicht. Äh, Dias. Nice. Wenn du feierst, dann lass mir das erste Diapis. Machen wir es so, dass ich dann das erste Diapis bekomme? Kannst du haben. Weil du hast ja eh frei, ja. Also es sind 3 Dias. Ich weiß jetzt, was sie mit niedrig gestellter Diarate mein. Also, nämlich, äh, spawnen nicht weniger Dias, so wie ich gedacht habe. Sondern... Die Diaradern, die spawnen, sind kleiner. Ja. Und das ist auch ehrlich gesagt schlauer. Weil dadurch bleibt es... Ja. Ähm... Das ist jetzt nicht so verwerflich, die Idee. Aber das... Sparen wäre natürlich auch nicht behindert. Jetzt weiß ich, warum ich zurücklaufen wollte. Warum du was? Jetzt weiß ich, warum ich zurücklaufen wollte. Um... Um mir eine neue Spitzhacke zu craften. Und ich keck, bin zurückgelaufen und hab mich gefragt, was ich machen möchte. Boah. Ist viel, h stopg. Alter wäre Rodrigue Lalla Cube verbaut. Das ist mir so wie bei der Lauts Scholz. Fist nicht mal. Das ist mir so, wenn du's auch noch er Rolex hast. Bro姆 nie fällt. Und, genau so, weil du Literally jetzt langgrennt allerdings, ichリueianer das T- himmel. Folge sein konnten. Hä? Was ist mit da? Was ist mit da? Warum hat David jetzt Sorry geschrieben? David? Mir hat niemand Sorry geschrieben. Was hab ich gesagt? Sorry Henrik hat er geschrieben. Ich bin nicht Henrik. Ja, aber ich glaub ich warum er Sorry geschrieben hat. Henrik ist dein Mace. Hast du nicht gesagt, dass du dich fragst warum David mir Sorry geschrieben hat? Nein, wieso? Ich hab gesagt warum hat David Sorry geschrieben? Was hab ich gesagt? Nein. Nice. 2. Nur 2? Ja. Ja, ich checke die Vorgehen. Ähm. Ja, da muss man halt einfach konstant strip meinen. Eine Cave looten bringt ja nichts meiner Meinung nach dann. Also schon für Gold. Aber ich meine wir werden ja nicht wirklich, wenn jetzt eine Massen, also irgend so ein Massenfight ist, wo alle snipen oder so, werden wir ja nicht die Zeit beanspruchen, um Gaps farm zu gehen. Weißt du? Beziehungsweise so um Äpfelfarm zu gehen. Und deshalb sollten wir einfach die Äpfel benutzen, die wir haben. Ja. Viel mehr können wir auch mit Hapney nicht benutzen. Und deshalb müssen wir jetzt auch nicht fang Gold farm. Oder mehr einfach mit Siren und Stopping. Einmal strip meinen. Was ist? Immer weiter strip meinen, strip meinen, strip meinen, strip meinen. Jo, mach ich. Denno. Was? Digga, ich tausere Tap, wer da ist. Und ich musste einfach lachen, als ich Denno Skinnen gesehen habe. Oh, komm, wir mal Berenius. Oh Gott. Sieht irgendwie aus wie ein Reißverschluss. Ja, deswegen. Oh Gott. Oh, Mensch. Digga. Was ist? Du dreckst Wich auf einmal f... um die Ecke. Ich habe Hunger. Digga, Herz des Todes. Hab ich viel Müll in meinem Mund? Wir werden jetzt gekickt. Ich hab den Ench. Ja. Nice. Oh ja, ich wurde gekickt. Wir sehen uns das mit der Folge, bis dann und tschau. Tschau tschau.